Ich will, dass du gerne deinen Anteil an Ivo mit überträgst. Du weißt nicht, wovon du redest. Und danach lässt du ihn in Ruhe. Du stellst dich auf deine Seite? Dieser Mann hat mich ins Gefängnis gebracht. Er hat meine Familie zerstört. Das machst du selbst. Ganz alleine raffst du das nicht. Gerne hat seine Kinder beschützt, die du entführt hast. Er tut alles, damit seine Frau wiedersehen kann. Und du hast nur deine scheiß Rache im Kopf. Du bist sauer auf mich, das verstehe ich. Wir klären das später. Du warst zu Recht im Gefängnis, weil du ein Verbrecher bist und ein Mörder. Es reicht. Du denkst, du kannst über alles und jeden bestimmen. Aber soll ich dir mal was sagen? Ich werde dich immer verraten. Hör auf. Du laberst immer irgendeine Scheiße von Aziz am. Und dass ich dir so viel bedeute. Du weißt gar nicht, was Liebe ist. Gerne liebt seine Familie wirklich. Und du bist einfach nur krank im Kopf. Komm mit. Wir fahren jetzt. Du hast mir nichts mehr zu sagen. Ich bin dein Vater. Und du hältst jetzt den Mund. Ich hätte jeden lieber zum Vater als dich. Besonders gerne. Ja. Hey, euch hat das Video gefallen? Sehr gut. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann einfach hier klicken. Und wenn ihr ganze Folgen sehen wollt, dann einmal hier. Bis dann. Ach so. Und abonnieren nicht vergessen. Tschüss. Ihr seid ja immer noch da. Klicken.